Vielen Dank. Ja, dafür ist aber auch ein Motor drin. Nee, aber wir können das, wenn wir wollen. Vielen Dank. Das ist ja die 50, ja. Ja, ich habe die 50, aber die haben alle Schwierigkeiten mit der Steuerung. Ja, das ist ja die Energie, aber die... Ja, ich habe die 50, ja. 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 Ja. Ja, ich habe die 50, ja. Ja, ich habe die 50, ja. Das ist die von Minutrix, ne? Das ist schön gemütlich, wenn man sich unterhält, hat ja Zeit, ne? Ja, das ist richtig, aber die meisten, die man... Ja, ich bin glücklich, dass ich zurück bin in der Collectie bin. In hack and collect.. Ach, ich habe hier auf morgen schon gehört. Alles gut. All right, that's great. All right, here we go. 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 All right. All right, here we go. All right, here we go. All right, here we go. Das kann ich hier auch nicht bringen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Hast du gesehen, was du meinst? Die hat die größere Wölbung vorne und an der Seite hat sie die Lüftungsgitter. Wölbung Lima? Lima wollen verlaufen. Nee. Da hätt ich immer Angst, weil ich so kleine Würstchen esse, dass ich damit immer so plenommen darf auch essen. Das sieht ja geil. Das hat jetzt vor kurzem einer auf Facebook bei mir gepostet gehabt. Und die CE und... ... Ja, das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020